In der heutigen Folge begrüßen wir Ares zum zweiten Teil unseres Podcasts. In der ersten Folge haben wir viel über sein Business gesprochen. In der heutigen Folge gibt es Einblicke in die Szene, erzählt uns über seine Anfänge in der Musikbranche, welche bekannten Rapper er schon kennenlernen durfte, natürlich auch über seine Höhlen und Tiefen, Anfangsschwierigkeiten und anstehende Projekte, die dieses Jahr noch rauskommen. Wir wünschen viel Spaß. Let's go! Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Was geht Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im konkurrenzlosen Podcast und zwar zu Teil Nummer 2 mit Ares. Die erste Folge war schon richtig geil, die ist auch schon online und kam richtig gut an. Wir haben so ein bisschen über deinen Werdegang gequatscht, wie du aus dem Knast gehasselt hast. Das klingt wild. Ja, das klingt wirklich wild und es war auch wild und es hat super viel Spaß gemacht. Deswegen haben wir ja gesagt, wir machen Teil 2, weil du hast neben deinem ganzen Hassel und neben deiner Vertriebsagentur und alles das, was du so arbeitstechnisch treibst, hast du auch noch einen musikalischen Hintergrund. Genau. Musikalischen Hintergrund. Ich hab verschluckt. Musikalischen Hintergrund. Ja, Mann. Und da wollten wir heute mal ein bisschen drüber schnacken. So ein bisschen die Deutschrap-Szene exposen. Nein, so krass nicht. So krass nicht. Aber einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was dein Hintergrund da ist. Du machst selber Mucke. Genau. Bist Künstler. Da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen. Kein Rapper, sondern Künstler. Also sehe ich genauso. Künstler klingt immer netter. Ja, was ihr macht, ist ja auch Kunst. Voll, voll, voll. Ja. Ja, was geht da? Also, wo wollen wir anfangen? Ich glaube, beim Startschuss würden wir anfangen. Also ich mache das seit knapp vier Jahren jetzt. Also musikalisch betrachtet war schon immer so mein Ding. Das war, also Musik ist irgendwie immer allgegenwärtig gewesen und ich glaube, auch ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Also ich finde halt, über Musik kannst du sehr, sehr viele Emotionen und Gefühle ausdrücken. Du kannst den Leuten sagen, wie es dir geht. Du kannst dir selber sagen, wie es dir geht. Du kannst deine Emotionen irgendwie steuern. Und als meine Mom halt gestorben ist, ja, das war so einfach so ein einschneidendes Erlebnis bei mir, dass ich da halt nicht wirklich Abschied nehmen konnte. Das war halt einfach alles nicht so ganz geil. Viele Meinungsverschiedenheiten in meinem Stiefvater damals gehabt, bezüglich der Beerdigung und einfach auch, ja, wie das alles gelaufen ist. Das war einfach nicht so ganz cool. Und ich habe dann gesagt, gut, ich muss das irgendwie kompensieren. Ich muss vielleicht dazu sagen, so meine Mutter ist in der Nordsee halt verteilt worden. Also das klingt ganz ein bisschen krass. Die Asche verstreut. Genau, richtig, Einäscherung und dann mit ohne rein und dann, da durfte keiner dran teilhaben. So, weißt du, das ist alles, war das nicht so geil. Und ich habe gesagt, gut, ich brauche irgendwas, um damit halt auch fertig zu werden, um irgendwas zu machen. Und ja, Musik hat mir da irgendwie, glaube ich, einen ganz coolen Halt gegeben. Und dann habe ich, witzigerweise, kam ich dann damals bei Sext in die Tiefgarage, also ein bisschen später. Meine Mutter war dann schon verstorben, über ein Jahr. Und kam dann bei Sext in die Tiefgarage und dann sagte der Typ, der den Wagen angenommen hat, Was machst du so? Ich sage so, wie, was mache ich so? Ich sage, Bro, ein Auto abgeben, was soll ich hier machen? Er sagt, nee, was machst du so? Ich sage, ja, keine Ahnung, nichts. Ich habe so eine Agentur. Er sagt, achso, ich dachte, du bist Rapper. Ich sage, wie kommst du? Er sagt, ja, so deine Optik, deine Klamotten, so wie du dich halt gibst und so. Ich sage, okay. Ich sage, wie gebe ich mich denn? Ich sage, ganz normal. Ich sage, ist alles entspannt. Naja, also du hast schon so diese Attitude irgendwie, okay. Und bis dato war mir das ja nicht so bewusst. Also sehe ich ja heute auch immer noch nicht so, weil ich bin ja, wie ich bin. Aber was halt dann, glaube ich, sehr, sehr prägendes Erlebnis war für mich so. Ich habe dann gesagt, gut, okay, warum eigentlich nicht? Sei doch Rapper. So, mach doch, ne? Und dann hat er gesagt, er ist Producer. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, alles cool. Ganz kurz, der von Six ist Producer? Der war Producer, ja, so Hobby-mäßig, weißt du? Und man wusste das damals nicht besser. Das ist eine wilde Geschichte jetzt. Man wusste es nicht besser. Und auch ein sehr, sehr guter, ich glaube, ein sehr guter Ratgeber für alle jungen Artists, die anfangen wollen, Musik zu machen. Das ist jetzt wirklich aufpassen, sehr, sehr wichtig. Und dieser Producer, der sagt, ja, komm doch mal zu mir ins Studio und so. Ich sitze da in der Kieler Straße und, ja, ich mache da richtig coolen Stuff. Ich habe auch ein paar ganz coole Referenzen und so, ich sage, okay. Ich sage, wir können gerne schnacken, wir können gerne gucken, was wir machen und so. Ich sage, aber ich habe noch nie was aufgenommen und ich weiß nicht, ob meine Stimme cool dafür ist. Er sagt, doch, du hast so eine basslastige Stimme und so eine sehr diepe Stimme, das wird schon, das wird schon. Und ich sage, naja, gut, klar. Dann haben wir uns verabredet, dann haben wir uns getroffen. Dann habe ich mir das Ganze angeguckt und dachte, okay, ich muss dazu sagen, wir sind auf diesen Parkplatz gefahren. Ich damals noch mit einem damaligen Bekannten von mir, sind auf den Parkplatz draufgefahren. Und da wurde ich nervös. Da habe ich gedacht, scheiße, jetzt musst du in so ein Studio und was sitzen da so für Dudes und die erwarten bestimmt so voll die kranken Sachen von dir, dass du auf einmal so die Skills hast und so. Ich hatte ja gar nichts. Ich habe noch nie gerappt so bis dato, weißt du. Ich bin ja auch nicht so der Schreiber. Also ich habe halt einen Songwriter, mit dem ich das Ganze halt zusammen mache, bin ich ja auch ehrlich. Wir machen die Sachen gemeinsam. Also wenn ich mit Shank zum Beispiel im Studio bin, das ist unser Ideenfluss, den wir haben. Und er verpackt das halt einfach cool. Er ist halt einfach da ein bisschen besser. Den hatte ich damals allerdings noch nicht. Das war ein Songwriter von ihm selber, von dem Producer. Dann fahre ich den Aufzug hoch, gehe in dieses Studio und dachte, okay, in Hamburg irgendwo in einem Studio, alles cool. Gehe da rein und er sagt, ja, Bro, setz dich erst mal. Auch noch alles entspannte Stimmung so. Er sagt, ja, dann nehmen wir jetzt mal was auf. Und sein Producer oder sein Songwriter hat was geschrieben so für mich. Ich sage, okay, nehmen wir mal was auf. Und dann stand ich am Mic und ich dachte so, puf, das ist aber irgendwie anders, als ich es mir vorgestellt habe. Das Setup ist irgendwie nicht so easy peasy. Und wir haben bestimmt, ich bin glaube ich damals um, ich weiß nicht so, 18, 19 Uhr dahin gefahren. Ich war glaube ich die gesamte Nacht dort, weil das einfach Ewigkeiten gedauert hat. Also wir haben bestimmt nur fürs Recorden 150, 180 Spuren gehabt oder so. Einfach super schlecht. Und das hat einfach ewig lang gedauert. Weil wenn du halt verschiedene Sätze machen musst, du kriegst es manchmal nicht raus. Also den einfachsten Satz. Und ich habe gedacht, shit ey, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Einfach vom Versprechen oder von der Tonlage dann? Ja, von der Tonlage. Es hat sich so monoton angehört, so beschissen. Also es war das Letzte. Also wenn ich mir meine Tracks von damals anhöre zu dem, was ich heute mache, das ist Schrott. Also ich weiß gar nicht, wer sich das auf Spotify anhört. Das ist Ohrenkrebs fördernd. Nostalgie, ja. Ja, also ich habe immer gesagt, ich nehme den ganzen Quatsch da wieder runter. Und alle haben gesagt, nein, lass das drauf. So, weil dann sehen die Leute deine Entwicklung und sehen, dass da was passiert ist. Ja, ist auch so. Prinzipiell richtig. Aber ich finde es immer noch nicht gut. Aber es ist bei unserem Podcast übrigens genauso, ne? Ehrlich. Hört ihr mal die erste oder die zweite, dritte an. Dann hört ihr mal so die 15. Folge an. Dann die 25. Und hört ihr jetzt mal unsere an. Allein qualitativ. Auch ich vom Wording her, wie du es auch gerade sagtest. Vom Wording, von den Fragenstellen, vom Flow, vom Gespräch. Damals war das so, wie geht es dir? Gut. Und dir? Okay. Was machst du beruflich? Weißt du, so interviewmäßig, so richtig Stock im Arsch. Aber das ist so, du musst dich ja erstmal an die Situation auch gewöhnen, weißt du? Voll. Naja, wir haben dann das Ding aufgenommen. War alles cool so. Ich habe gesagt, wann ist denn so das Mixmaster fertig? Ist das auch gleich fertig? Und dann sagt sie, hä, nee, Bro, natürlich nicht. Das dauert. Ist okay. Ich habe ganz andere Erwartungshaltung gehabt. Ich habe gedacht, wir nehmen das Teil auf und es ist dann auch gleich ready, so weißt du. Aber ich habe für mich damals gesagt, okay, jetzt wirst du hier der heftige Rapper und das wird jetzt alles richtig geisteskrank und das ist deine Karriere jetzt und das geht jetzt richtig schnell nach vorne. Und ich kannte bis dato niemanden aus der Rap-Szene. Ich habe eigentlich mit niemandem großartig zu tun gehabt, außer Bossa damals. Komme ich aber gleich zu. Und dann hat er das Ding irgendwann gemixt, gemastert und das war dann fertig. Das erste Teil war Fastlane. Das ist so ein One-Take-Ding gewesen, ohne Hook, ohne alles, einfach nur einmal runtergerattert. Weißt du, so nachts wach unterm Kissen liegt die Heckler, Augen überall, weil ich jetzt Rap mache. Klar. Naja gut, dann haben wir das Ding halt aufgenommen, war alles ganz cool und dann habe ich gesagt, klingt gar nicht so schlecht. War so ein leichter Bushido-Type-Beat irgendwie dabei, war gar nicht verkehrt, aber ich würde es heute halt anders machen. Wir haben dann immer mehr Tracks gemacht, auch so mal zum Testen so ein paar Sachen, die wir nie fertig gemastert, gemixt haben, haben wir dann auch verworfen, die Ideen. Und dann habe ich irgendwas für meine Mom gemacht. Das lag mir sehr am Herzen. Das Ding hieß halt Abschied. Qualitativ nicht gut, aber das hat mir, glaube ich, geholfen, um für mich mit meiner Mutter mit diesem Thema Abschied zu nehmen. Also um das Thema Tod und Abschied einfach zu kompensieren und zu sagen, okay gut, jetzt ist es endgültig sowas. Auch zu verarbeiten wahrscheinlich die ganze Story. Ich habe diesen Track gehört und ich muss sagen, ich hatte selber Gänsehaut, obwohl er nicht gut aufgenommen war, nicht gut gemixt, nicht gut gemastert. Und das war im Übrigen alles das, was ich dort in diesem Studio gemacht habe, war nicht gut gemixt und nicht gut gemastert. Ich habe ein Schweinegeld dafür bezahlt, dort um Tracks aufzunehmen. Ich habe wirklich viel investiert, Zeit und ich habe zum Beispiel niemals Alkohol getrunken. Ich würde niemals einen Joint rauchen, wenn ich im Studio bin. Solche Sachen würde ich alles nicht machen, weil derjenige, der ja gegenüber von mir sitzt, nimmt sich ja die Zeit und möchte natürlich auch was Cooles rausbringen, cooles Produkt. Also gebe ich dem das natürlich auch wieder so. Währenddessen aber andere Produzenten oder Leute, die dann im Studio gechillt haben, dann eher mal eine Flasche Wein aufgemacht haben und ich mir dachte, ey Jungs, das ist doch nicht professionell hier. Ich habe auch ein etwas anderes Bild von dieser Musikszene damals gehabt, muss ich sagen. Ich dachte, alles so, diese ganzen Promis, die du halt alle so kennst, so sind halt alles so saubermänner und es ist alles so eine kranke Welt, unantastbar. All professional. Voll, du wirst niemals irgendwie solche Leute persönlich treffen und so. Naja und wie das Schicksal das halt so wollte, habe ich ja damals Bossack kennengelernt. Sehr, sehr cool und habe für ihn ja seinen Haramburg-Wodka vertrieben mit meiner Agentur. Er kommt auch aus Hamburg, ne? Der kommt aus Hamburg, genau. Hatte damals aber in Berlin gewohnt, also bin ich nach Berlin gefahren. Wir haben uns getroffen, sehr, sehr cooler Typ, sehr smarter Typ, also auch stimmlich meiner Meinung nach ein geisteskranker Artist, sehr, sehr unterschätzter Artist. Meiner Meinung nach sollte er viel weiter stehen, als er eigentlich ist. Und ja, der hat mir dann wiederum, der hat mich dann irgendwann angerufen und hat mir gesagt so, ja hier ruft dich gleich einen Max an. Ich sage, was für einen Max? Ja hier ruft dich so einen Max an. Ist okay. Ja, der will auch so ein Produkt rausbringen. Okay. Mein Telefon klingelte und dann sagt er, ja, hi, hier ist Max. Hallo Max. Und dann habe ich es erst gecheckt. Ich hatte einfach Kontra K am Telefon. Ah, oh krass. Ich telefoniere einfach mit Kontra K. Und ich dachte so, okay, wild. Er sagt, ja Bro, komm mal dann und dann ins Büro zu uns, ins Office. Wir können da mal ein paar Sachen besprechen. Ich habe da so ein paar Ideen. Okay, kein Ding. Hatten wir einen Termin bei den letzten Wölfen in Berlin. Ich glaube, Letzte Wölfe heißt die, letzte Wölfe. Bin hingefahren ins Büro. Absolut aus der Puste, nachdem ich da oben angekommen bin. Komme ins Studio rein und bin in so einem Konferenzraum, wo nur goldene Platten an der Wand sind. Und das war so ein Moment, wo ich für mich gesagt habe, unabhängig von dieser ganzen Vertriebsgeschichte, kranker Scheiß, das ist heftig, das will ich auch. Ich will das irgendwann. Und da war für mich dann auch klar in dem Augenblick, ich muss besser werden. Ich muss viel mehr machen musikalisch. Du kannst nicht von heute auf morgen erwarten, nur weil du jetzt vielleicht ein bisschen den Wagen fährst, vielleicht die Optik hast und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, meinst du bist Rapper, dass du Rapper bist oder Artist bist. Du musst da was für tun. Und dieser Kampf ist sehr, sehr hart. Und es ist ein sehr, sehr langer Weg. Und entweder du hast die Möglichkeit, viral zu gehen via TikTok oder via Instagram oder Gott weiß was für Plattformen oder du hast einfach die finanziellen Mittel, um dich einfach einzukaufen, um erfolgreich zu sein. Beides war nicht so gegeben. Ich bin kein Freund von TikTok. Ich habe keine Ahnung, was man da macht. Alle sagen mir, du musst TikTok machen. Ich weiß nicht, was ich bei TikTok mache. Ich habe keine Lust auf lustige Tänze. So ist nicht mein Ding. Aber vielleicht werde ich das mal angehen in naher Zukunft. Instagram, ja, man postet das, was man halt postet. Ist da eine Visitenkarte irgendwie, ja. Voll, aber ich bin da auch nicht so affin. Also ich habe keinen Bock, mich da stundenlang mit auseinanderzusetzen, irgendwas hochzuladen und 50 Retuschen in meinem Gesicht zu veranstalten. Naja, und ich hatte damals halt einen Mitarbeiter, das war der liebe Dominik. Das war mein Videograf, das war mein eigener Videograf. Der hat nur für mich Videos gemacht, geschnitten, ist mit mir mitgefahren, hat coolen Stuff gemacht, coole Fotos gemacht. Und mit dem habe ich dann auch angefangen, Videos zu drehen zu meiner Musik. Und dann haben wir das mit einfachsten Mitteln gemacht. Hauptsache erst mal S-Klasse in irgendeine Tiefgarage gestellt und wir rappen einfach mal vor der S-Klasse. So ein Stani-Shit, Abschied, Bullshit. Dann haben wir für das Abschied-Video, sind wir nach St. Peter Ording gefahren und am Strand, wie ich da rumlaufe. Und er sagt, jetzt guck mal traurig. Ich sage, Bro, das ist ein emotionaler Track für mich. Ich will nicht traurig gucken, ich muss das fühlen. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gemacht und ich habe gedacht, okay, das ist der richtige Weg, so geht es nach vorne. Und dann bin ich irgendwann nach Frankfurt gekommen. Ich habe dann in Berlin so meine Connection gehabt. Ich kannte hier einen, da einen, alles cool. Aber keiner, der dich supportet. Egal, wie gut du mit den Leuten bist, da ist keiner, der sagt, hey Bro, klar. Okay, helf dir. Komm mal her, zeig mir mal deinen Stuff, den du so machst. Ich gehe mit dir auf einen Weg oder ich stelle dir ein paar Leute vor. Dann bin ich nach Frankfurt zu einem Bekannten von mir, der ist Producer für, was macht er, der hat so ein paar Sachen gemacht. So mit Kalim hat er ein paar Dinge gemacht, mit Hafti ein paar Sachen gemacht. Und bei dem war ich dann im Studio und habe ein bisschen was aufgenommen. Und das war schon eine ganz andere Qualität. Das sind schon Unterschiede wie Tag und Nacht gewesen. Und ich habe mir gedacht, krass, was haben die Jungs mich in Hamburg verarscht? Dieser Produzent in Hamburg war ein Mensch, der hat einfach schlichtweg nur Geld genommen von mir und dem war das auch egal, wie das Endresultat klingt. Das hat den nicht gejuckt. Der war so, ja klar Bro, er zahlt Geld, alles cool. Aber ob das am Ende des Tages gut klingt oder nicht, mir doch egal. Und der Typ in Frankfurt, beziehungsweise in Offenbach, der war zum ersten Mal interessiert daran, sich den Stuff anzuhören und zu sagen, ey Bro, du musst den Atman mal anders einsetzen, du musst anders rappen. Er hat dich ja mit an die Hand genommen und dir Tipps gegeben. Voll. Der hat gesagt, versuch doch mal zu singen. Ich sage, Bro, ich kann nicht singen. Er sagt, doch, du kannst singen. Du musst es nur versuchen, du musst die Tonlagen nur anders setzen. Okay. Hat mir sehr viel gebracht, aber finanziell auch sehr teuer. Und ich dachte, okay, diese ganze Rap-Szene, wie machen die das alle? Das kostet ja ein Schweinegeld. Und dann dachte ich so, okay, wenn so ein Arzt hat darüber rappt, was er für Kilos bewegt, dann dachte ich so, okay, gut, der muss Kilos bewegen, weil sonst kann er das ja gar nicht finanzieren. Wie macht er das denn so? Ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Naja, und auf jeden Fall, Frankfurt-Offenbach-Studio, Erfahrung, war cool. Und dieser Produzent hat mir meinen heutigen Songwriter vorgestellt, den lieben Cenk. Und Cenk und ich, wir haben auch einige Tracks mittlerweile zusammen gemacht als Feature-Part. Wir haben, unter anderem, schreiben wir fast alles zusammen. Wir sitzen gerade an einem Album, an dem wir komplett alles ready machen, in einem ganz anderen Stil, in einer ganz anderen Richtung. Ich habe dir auch schon mal ein, zwei Sachen gezeigt. Die mir übrigens sehr gut gefallen. Dankeschön. Ich hoffe auch anderen Leuten. Sie müssen halt nur gehört werden, das ist das Ding. Und Cenk ist zum Beispiel auch ein Künstler, der sehr, sehr unterschätzt. Der macht seit über zehn Jahren Musik. Der war bei Freunde von Niemand, im Label in Frankfurt, wo auch der Vega und Boska zum Beispiel drin sind. Oder die Gründer da drin sind. Der hat auch super viel Anerkennung verdient. Und das ist eben der springende Punkt in dieser Musikszene. Wenn du kein Geld hast, dann bist du gar nichts. Nichts, ja. Du kannst dich nicht, du kannst einfach schlichtweg so viel Talent haben, wie du willst. Du kannst so gut sein, wie du möchtest, aber du wirst keinen Erfolg haben. Weil die Leute hören dich nicht. Und der hat so geisteskranke Tracks, wirklich, wo ich sage, boah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich den Kram höre. Also, weißt du, auch lyrisch, geisteskranker Typ. Aber ihm fehlt halt so diese finanzielle Mittel, um zu sagen, ey, Bro, ich kaufe mich jetzt bei Universal ein. Oder Modus Mio Playlist. Das ist ja kein Zufallsprinzip, dass Leute sagen, okay, ich will jetzt den Artist aus und ich bin jetzt bei Modus Mio drin. Nein, es läuft anders. Du kriegst eine Rechnung von 12.000 Euro und darfst jetzt bei Modus Mio in der Playlist sein für eine Woche. Wow. Welcher Künstler hat das? Auch wenn Modus Mio es abstreitet. Aber Fakt ist, ich kenne Leute, die haben das gemacht. So, und das ist super abgefuckt. Und egal, wie viel Hate ich dafür jetzt kriege, dass ich solche Informationen weitergebe, es ist einfach Fakt. Weißt du? Oder Bremen Next, bestes Beispiel. Ich habe eine Line in meinem Track, schicke meine Songs an Bremen Next, antworten nicht back, ja, anscheinend fehlt Respekt. Da haben die gesagt, nicht Bremen Next selber, sondern Jungs von mir haben gesagt, Digga, das kannst du nicht machen. Du kannst diese Line nicht droppen, das geht nicht. Doch, geht. Weil ich habe Bremen Next angeschrieben, ich habe die penetriert und habe gesagt, spielt bitte mal einen Track von mir. Kam gar nichts. Du kommst also aus Bremen, hast einen Bremer Radiosender, der ja so hip und cool ist und auf Hip-Hop macht. Regionalität und so. Voll. Wir supporten unsere Bremer Leute und scheiß tun die. Die tun gar nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, machen wir das mal andersrum. Ihr supportet mich nicht? Egal, dann feuere ich gegen euch. Ist kein Ding. Und das war so eine Sache, die regt mich so extremst auf, weil du wirst immer gehemmt und blockiert. Du machst coole Sachen, du machst coolen Stuff, ich mache das mit Leidenschaft, ich mache das mit Herz. Jetzt, wenn ich ins Studio gehe, in Frankfurt, ich bin da meine fünf, sechs Tage, fahre da hin, so alle zwei Monate, ziehe da mein Kram durch, ist eine lange Vorbereitung vor dieser Zeit, fahre dann wirklich mittags oder späten Nachmittag ins Studio und komme nachts irgendwann um zwei, drei Uhr da raus, schlaf mal ein paar Stunden, gehe am nächsten Tag essen, gehe vielleicht zum Friseur, was ich so gerne zweimal die Woche mache. Und dann geht es wieder ins Studio. Das ist viel Arbeit, auch wenn man das nicht glaubt. Du hast am Ende dieser fünf, sechs Tage keine Stimme mehr, du bist heiser. Das ist krass anstrengend, glaube ich. Voll, du machst mehrere Takes, das Team, was dabei ist. Da ist ein Producer, das ist der liebe Anu, der macht geisteskranke Beats. Weißt du, der Ablauf ist ja auch so, wir gehen ins Studio, ich suche mir ein Sample raus, ich picke mir irgendein Sample von seinen 15, 12 Millionen Samplen, die er da hat. Ich picke mir eins raus und er baut dann Beat direkt im Studio um dieses Sample rum. Alles fresh, alles clean. Dann machen wir die Recordings, dann schreiben wir einen Text auf den Beat in dieser Zeit, dann machen wir die Recordings. Die dauern dann mittlerweile bei mir nicht mehr so lange, mittlerweile bin ich in der Regel eine Stunde durch so. Mit einem Recordings, früher hat das auch gerne länger gedauert. Bei einem schlechten Tag vielleicht auch mal drei, vier Stunden, aber in der Regel so eine Stunde. Ja, und dann geht er an den Premix ran und am Ende des Abends hast du ein fertiges Resultat. Nicht gemixt, gemastert, aber du hast zumindest einen Premix. Oh, Dings, fertig, ja. Und das ist ein echt langer Prozess. Ich fand es ganz gut, um da mal anzuknüpfen. Ich weiß nicht, du kennst es bestimmt auch, ich habe es bei YouTube mal gesehen. Und dann, wie heißen die denn noch, hier Marjan, Marjan oder wie er heißt, der hat mit Jägermeister mal so ein Format gemacht, haben die sich in die Red Bull Studios eingemietet. Und dann waren ja auch Producer da und dann haben die ja auch diesen Prozess gehabt und dann haben die, glaube ich, sechs Stunden gehabt mit Video. Also es wurde parallel irgendwie schon Video gemacht, Text geschrieben und dann hat man ja auch gesehen, wie die sich eingeschlossen haben. Und dann dieser Prozess, das ist schon krass. Natürlich sind das alles Profis da am Werk, aber es ist schon geil, mal dahinter zu gucken. Weil du kriegst am Ende bei Spotify, du drückst einfach auf Play, weißt aber gar nicht, was dahinter steckt. Wie viel Arbeit, wie viel Stunden Fleiß dahinter steckt, weißt du? Das ist geisteskrank. Und du wirst ja, also ich meine, ich muss auch sagen, ich war in vielen Studios. Ich war bei Sony im Studio, ich war bei Universal im Studio. Ich war bei Two Sides im Studio, ich war, aber ein Bekannter von mir, den habe ich da besucht so. Ich wollte mir das auch einfach mal angucken, weil ich es super interessant fand. Ich war in den andere Studios von Raff und Bones, war ich auch. Durfte auch witzigerweise schon mal was aufnehmen. Also ich meine, das sind alles so Sachen, so Spielereien. Also Bekannte von mir, die machen auch Musik und er war gerade am Recorden. Ich habe gesagt, hier darf ich mal ganz kurz, weil das ein ganz anderer Vibe ist. Ich habe keinen Text gemacht, ich habe einfach nur gesagt, darf ich mal kurz was reinsprechen, weil das war so ein komplett anderer Vibe. Du fühlst es ganz anders. Du bist in einem Raum, du musst es vorstellen wie in einem Vakuum. Das ist alles isoliert und alles gedämmt und du denkst, boah, das ist krass und das ist voll weird. Weil das kennt man so gar nicht selber, wenn man das noch nie erlebt hat. Du hörst nichts mehr. Es ist einfach still. Wie in so einer Zelle. Voll krass, voll krass. Und so war das halt. Und ich habe viele Sachen erlebt und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Studio in Frankfurt, in dem ich bin, das ist ein Trap-House. Da kiffen die Leute. Weißt du, nebenan, das sind neun Studios in einem Gebäude. Nebenan ist der Hemmshow zum Beispiel, hat sein Studio. Ramo und Liz sind im Nachbarkomplex zum Beispiel. Digga, das ist immer laut. Da sind immer so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Aslaks, die da rumhüpfen und rumschreien und Fußball gucken und was weiß ich nicht was. Aber dieser Vibe, der ist geil. Weil du weißt, es ist alles räudig. Also, ne, Cenk, wenn du das siehst, dein Studio ist Baba. Aber es ist alles... Ja, der Vibe einfach drauf. Genau, das ist alles so, ich weiß nicht so. Du hast diesen Oma-Teppich drin. Weißt du, es ist alles irgendwas, was dazu gehört. Und ich feiere das. Ich feiere das wirklich so. Und ich mag das auch gerne. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir ein eigenes Studio aufmachen. Das war auch mal ein Plan so. Kostet natürlich alles immer sehr, sehr viel Investment. Sitzen parallel auch an einem Businessplan dafür. Weil ich mir selber gesagt habe, ich mit meinen 25 plus, irgendwann bin ich in einem Alter, an dem das für ein Major-Label zum Beispiel nicht mehr interessant ist, mich zu pushen oder zu fördern. Und wenn ich mir angucke, was teilweise Leute so für Deals bekommen, also ein Big N, Bro, also bei aller Liebe, der kriegt einen Universal-Deal für eine Million. Was hat denn der gemacht? Also, was hat der getan? Der war bei DSDS, hat ein bisschen Let's Bounce, Motherfucker, Let's Bounce. Okay, anspruchsvoll, sehr lyrisch und kriegt einen Million-Deal. Also, ich meine, hey, alles cool. Ja, medialer Hype, ne? Sei jedem gegönnt, ne? Ich freue mich für ihn, wenn das auch vernünftig umgesetzt wird. Aber musikalisch würde ich das zum Beispiel eher einem Chank gönnen. Und nicht mal mir. Also, ich rede jetzt nicht von mir so, dass ich sage, ich muss das bekommen. Ich habe hier Neid oder sowas, ne? Nein. Ich gönne jedem alles, was er bekommt. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich würde auch gerne mal weiterkommen. Und, ich kenne ja nun, wie gesagt, viele Menschen aus dieser Rap-Szene, viele Leute, die irgendwie, irgendwo mal, keine Ahnung, irgendwo was zu melden haben oder Kontakte haben. Aber das bringt dir gar nichts. Das ist so wie... Am Ende stehst du immer alleine da. Ja. Und dieses Album, was ich jetzt mache gerade, woran wir sitzen, wir haben acht, neun fertige Tracks, die ich sehr stark finde, wo ich sage, das könnte ich mir vorstellen, dass die auf ein Album kommen. Ich bin im April nochmal in Frankfurt für vier, fünf Tage und werde dann nochmal vier, fünf starke Tracks aufnehmen, weil das auch einfach mein Anspruch an mich ist, dass die stark werden. Und dann habe ich ein Album und dann werde ich releasen, Single für Single und werde dann irgendwann das komplette Album droppen. Und entweder das funktioniert damit oder aber, ich habe für mich gesagt, Ende des Jahres hänge ich das dann so ein bisschen an den Nagel und lasse es dann vielleicht sein mit der Musik. Nicht mehr so, dass ich sage, ich habe diesen Elan, diesen Ansporn weiterzumachen, sondern dann sage ich halt, okay, ich mache das dann vielleicht mal für mich, nehme mal einen Track auf, damit ich in einem Auto pumpen kann. Das meiste, was mich eigentlich daran ärgert, die Tracks, die ich mache, die die Leute so hören, wenn ich das den Leuten zeige, die mögen das. Diesen Track Liebe zum Beispiel, den ich gemacht habe, den ich dir gezeigt habe. Ich habe den Leuten geschickt und die haben gesagt, Bro, ich habe Gänsehaut, geisteskrank. Und dann denke ich mir wieder, okay, aber wenn die Leute das doch feiern, wieso kommst du nicht weiter? Warum stehst du auf der Stelle, weißt du? Stagnierst. Und das ist halt einfach nicht cool. Das ist viel Zeitverschwendung. Und ich bin ja auch bei der GEMA zum Beispiel oder ich bin ja auch bei Spotty oder auf allen Kanälen, die es hier eigentlich so gibt. Du kriegst bei Spotty, Spotty ist ein ganz guter Maßstab dafür. Du bekommst bei Spotty 0,004 Cent pro Stream ab 30 Sekunden. Also man kann das schon mit reich werden, so ist es nicht. Also eine Million Streams, 4.000 Euro ist schon ein ganz guter Kurs. Abzüglich 19% Steuern. Ist ja auch so, dass da natürlich viel Geldwäsche betrieben wird. Klicks kaufen und so, ne? Genau, man muss sich ja vorstellen, viele Artists haben ja nicht ohne Grund einen Rücken, der aus irgendwelchen Untergrundsachen kommt. Kann ja jeder machen, ist ja jedem selbst überlassen. Und diese Leute verdienen ja nicht unbedingt ihr Geld sauber, teilweise. Ich würde jetzt nicht sagen alle, aber viele. Und natürlich, wenn die dann das Geld mal investieren in so ein paar Klicks, dann hast du dein Geld natürlich schnell gewaschen. Ist natürlich eine gute Sache. Also, ist natürlich eine gute Sache im Sinne von, die Leute verdienen Geld. Und kriegen natürlich ihre Reichweite. So und ich, mir geht es dabei gar nicht ums Geld. Also mir geht es nicht darum, dass ich irgendwie jetzt hier Millionen scheffeln will. Ich habe eine Firma, die trägt sich zum Glück gerade im Augenblick selber. Ich arbeite sehr viel, Musik ist nicht mein Hauptding. Was ich aber gerne wollen würde, dass es mein Hauptding ist, weil ich will das einfach so. Aber, du, schön wäre einfach mal Anerkennung für Musik. Du machst Musik und die Leute sagen, ey, warte mal, das ist doch Ares, cool, diesen Track kenne ich, so weißt du. Oder ein Bremen Next würde dich supporten. No Front. No Front. Nein, ein Bremen Next ist ein ganz toller Sender. Die haben qualitativ sehr gute Musik, die die spielen. Und, ähm, ja. Stani, Stani Shit. Ja. New Wave. New Wave, ja. Ja, was ich zu dem Thema einfach auch mit aufgreifen kann, und ich sehe das immer wieder, ich bin tatsächlich so Generation TikTok. Muss ich klar und deutlich zugeben. Kannst du mir noch was beibringen vielleicht? Ja, muss ich klar und deutlich zugeben. Ich bin viel auf TikTok, auch berufsbedingt. Viel, ne? Nein, wirklich, tatsächlich, um Trends auch einfach und auch mit der Welle zu schwimmen, die da irgendwie losgetreten wird, irgendwelche Trends. Und ich erkenne es immer wieder, irgendwelche Songs, Rap-Songs, keine Ahnung, die werden dann unter Videos gepackt. Die werden, die gehen viral und viele machen ihre eigenen Videos dadurch. Und dann gehst du so auf den Original Sound. Du siehst ja mal, wer das erstellt hat. Das ist oftmals auch der, der Ersteller, also der Rapper quasi. Und der ist dann klein, ne? Der hat dann vielleicht 3.000, 4.000 Follower auf TikTok. Ist auch so einer, der irgendwie mit seinen Jungs so ein bisschen abhängt und chillt. Ich hatte das letzte Mal. Und feier den Song derbe. Also ich habe mir den selber für mein ein Video, ich habe einfach so ein paar Bilder aus meinem Monat zusammen geschnitten, habe den dann ablaufen lassen im Hintergrund, weil ich den gefühlt habe. Und dann schreiben alle unter diesem Video von dem Ersteller, ey, wann kommt der Song, wann droppst du den auf Soundcloud oder Spotify und so. Und die zögern das immer so lange raus. Also er hat dann zum Beispiel auch, der ist schon fertig, der Song, wahrscheinlich. Also würde ich davon ausgehen. Und dann baut er diesen Hype künstlich so auf, weil der natürlich, er merkt ja auch die Welle, es werden Videos produziert und, und, und. Und irgendwann, das habe ich erkannt, ist so ein Spannungsbogen überspannt. Und dann feiern die Leute das nicht mehr. Ach wild. Dass die Leute quasi so, keine Ahnung, die ersten 3, 4 Wochen, ja, dann schreiben alle, ey, erinnert mich mal, wann gereleased ist und ja, krass und wir freuen uns so. Aber wenn der nach anderthalb Monaten nicht gedroppt ist auf TikTok, dann ist so, ja, okay, dann nicht. Dann bekommt der nächste schon wieder. Weißt du, das ist so schnelllebig, das erkenne ich halt immer wieder. Und wenn du, ich glaube, wenn du so ein so ein Ding hast, was irgendwo auch tatsächlich social media technisch irgendwo viral geht, beziehungsweise halt einfach oft geteilt wird und die Leute, das muss nur ein Snippet sein, 15, 30 Sekunden, cooles Video dazu, irgendwie sowas, dann bleibst du bei den Leuten im Kopf und dann gucken die anderen oder gucken die Leute sich auch deine anderen Arbeiten an. Aber es ist halt, es ist halt die Frage, willst du mit social media und mit so einem viralen Hype, keine Ahnung, willst du dadurch bekannt werden oder willst du einfach bekannt werden, weil die Leute das feiern und sich von alleine teilen? Das ist halt so ein... Das ist, glaube ich, so ein zweigleiseiges Schwert, ne? Ja. Der jetzt Person auseinandersetzt und sagt, hey, guck mal, das ist cool, ich feiere die Musik, ich feiere ihn als Typen, ich kann mir vorstellen, mit ihm zusammenzuarbeiten und ich glaube an diese Vision. Ich habe wie in meiner Agentur sehr viele Menschen um mich herum gehabt, ich habe sehr viele Mitarbeiter gehabt, Vertrieb ist leider immer ein durchlaufender Prozess, also es ist Wahnsinn, wie Leute da kommen und gehen so einfach, ne? Ich habe sehr viele Leute kennengelernt und die haben immer an meine Vision geglaubt. Ich habe denen meine Vision verkauft, ich habe immer gesagt, ey, Bro, ich sehe uns irgendwann hier und das wird so und so und die haben gesagt, okay. Zum Beispiel ein Mitarbeiter von mir, so, ist nicht der High Performer, so, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, Digga, der hat sich einfach auf seinen Unterarm Ares tätowieren lassen. Weil er das fühlt, ne? Ja, der fühlt meine Musik, also der fühlt vielleicht mich, meine Vision, ne? Und andere Leute haben schon gesagt, ja, der ist nicht verliebt in dich. Ich sage, Bro, der hat sich nicht verliebt in mich? Ich sage es einfach so, er fühlt das, was ich vielleicht mache, so, weißt du? Oder mein anderer Mitarbeiter, der sagt immer, ey, Bro, wenn du aus Frankfurt wieder da bist, hast du neue Tracks, zeig mal her, was du so gemacht hast. Und der sagt mir seine ehrliche Meinung. Der sagt, finde ich scheiße, finde ich gut. Ich sage, ey, cool. Ja, damit kannst du auch arbeiten. Damit kann ich voll arbeiten. Ich sage, okay, so, finde ich scheiße, kann man vielleicht netter sagen, aber sag es lieber so, weil dann weiß ich, okay, das ist halt nicht cool so, wenn du das nicht cool findest für dich. Es gibt ja eh immer zwei Parteien, eine Partei, die es geil findet und ist so. Voll. Und ich glaube halt einfach unterm Strich so, wenn jemand da wäre, der sagen würde, okay, wir nehmen dich an die Hand, wir geben Gas, wir machen dich mit groß. Bro, ich bin sicher, ich wäre nicht derjenige, der schlecht performen würde. Das ist nicht so, dass ich sagen würde, ich gebe da nicht 5000 Prozent, weißt du? Aber diese Personen zu finden, ist fast heutzutage unmöglich, weil es kommen sehr viele, die sind 21, 22, die sind formbar. Also die haben dann irgendwelche Weiber in ihren Videos, weil sie das geil finden, dass da irgendwelche Brüste rumhüpfen von rechts nach links. Die rappen über, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Drogen verticken und irgendwie ganz viel Ski fahren. So, dann... Auch im Sommer. Auch im Sommer, wahrscheinlich noch niemals in irgendeiner Art und Weise irgendwie in Berührung gekommen damit. Rappen, dass sie den ganzen Tag stoned sind, wahrscheinlich noch nie einen Joint selber geraucht oder gebaut, irgendwie in der Richtung. Rappen nur über Geld, über Autos. Weißt du, die Wahrheit dahinter sieht leider anders aus. Diese ganzen Kiddies mieten sich, leihen sich irgendwelche Sachen von irgendwelchen Leuten, die man kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Okay, krass, Bro, du hast dir irgendwie mit 22 einen Rolls Royce geliehen. Baba, so ist ja heftig. Weißt du, das sind so Sachen, das finde ich so, so wirklich nicht authentisch, so unauthentisch. Und das hat auch nichts als Artist damit zu tun, dass du etwas verkörperst und deinen Leuten etwas vorschwindelst, was du einfach nicht bist. So, dann immer dieses Rapper, alles für Mama gemacht. Bro, du hast gar nichts für deine Mutter gemacht. Du hast auch keine Drogen für deine Mutter verkauft, so weißt du. Was ist das für ein Quatsch? So, das ist so ein Bullshit. Und ich hasse dieses Getue in dieser Szene einfach so, so krass. Und das wären auch nicht die Werte, für die ich stehen würde, so. Ich würde es nicht feiern, irgendwelche Frauen bei mir in einem Video zu haben, die da auf einem Bikini rumhüpfen und was weiß ich nicht was. Ich meine, das ist doch nicht geil. Das hat doch auch nichts mit der Musik zu tun. Du wirst von mir auch niemals hören in irgendeinem Track, dass ich mit irgendwelchen Waffen durch die Gegend glatsche und irgendwelche Drogen verkaufe. Weil das bin ich einfach nicht. Ich wäre dann wahrscheinlich eher derjenige, der, keine Ahnung, so mit meinen Babes in einen Laden reingeht und Babes verkauft, so weißt du. So, und das sind so Sachen, ich weiß nicht, das tönt mich so maximal ab. Und das ist halt auch ein Punkt in dieser Szene, der mir richtig, richtig auf den Sack geht. Weil es ist immer noch so ein Standing, du musst das machen. Jetzt ist jetzt so diese Thilo-Generation rausgekommen, diese ganzen New Wave-Jungs oder Chiago oder sowas. Ist jetzt auch nicht meine Musikrichtung, aber die sind zumindest real für sich. Das sind halt komplett versoffene kleine Kinder, die auf irgendwelchen Festivals rumhängen und Musik machen. Hört sich zwar alles gleich an so, alles like Pasha Lim so, aber trotzdem, die machen ihren Weg. Und die sind real. Auch wenn ich das nicht feiere, aber die machen halt ihr Ding. Besser als sich zu verstellen. Und ich glaube, die Musik hat sich so gewandelt. Wir haben so ein paar prägende Künstler bei uns, auch welche, die ich feiere. Also ich bin zum Beispiel ein extrem großer Luciano-Fan. Habe ihn auch persönlich getroffen, haben uns lange unterhalten. Sehr, sehr gerader, sauberer Typ. Ich bin ein sehr, sehr großer Djamule-Fan. Haben uns auch persönlich getroffen, saßen bestimmt zweieinhalb Stunden, haben Kaffee getrunken, Tee getrunken und haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Eigentlich kaum über die Musik. Ich habe ihn einfach ein paar Sachen gefragt über seinen Werdegang, was ich sehr, sehr interessant fand. Haben uns bei Universal getroffen, witzigerweise. Dann, also die feiere ich. Ich feiere auch bedingt 187, Safir zum Beispiel, einer für mich der unterschätztesten Künstler von allen, von der gesamten Gruppe. Ich feiere nicht den Lifestyle, den die verkörpern, das jetzt nicht, aber ich feiere diesen Werdegang. Aber das wollte ich da auch zu sagen. Ich meine, die haben ja durch ihre YouTube-Videos und das, was sie ja von Anfang an schon gefilmt haben, wenn man so Videos von vor zehn Jahren sich anguckt, wo die da im Innenhof irgendwie mit ihren Jungs zusammen sind. Ich meine, das verkörpern die bis heute. Das ist so irgendwie, die sind auch straight geblieben. Die haben sie auch nicht verstellt. Ich meine, die rappen jetzt, okay, mittlerweile, ich weiß, ich bin da gar nicht aktuell, aber klar sieht man die vielleicht auch von einem Sportwagen oder so, aber die sind ihrem CL500 mit ihren dicken Felgen einfach irgendwie treu geblieben. Die brauchen halt keinen dicken Ferrari oder Lambo oder keine Ahnung. Die heizen halt mit ihrem CL500 durch den Block. Das ist, glaube ich, auch einfach Realness so. Und ich glaube, das macht das auch aus, weil die etwas verkörpern, was viele Leute vielleicht fühlen oder wo viele Leute nah dran sind. Stimmt, CL500 kriegt man mobile für 5K. Kostet nicht mehr viel, das Ding. Und so ein paar MAE-Felgen sind auch nicht teuer. Garantie, dass du angehalten wirst, bist du auch gleich mit dabei. Ist gleich mit dabei. Der Lifestyle ist da. Richtig, der Lifestyle ist da. Ja, genau, richtig. Mit einem schönen Duftbaum. Da sitzt da so ein Johannes drin. Ja, richtig. Hallo, alles eingetragen. Hallo, Sönke. Da hat ein Bassbox drin. Ja, richtig. Da dröhnt alles. Jesus hat auch so einen. Ja, richtig. Pitbull-Welpen, Krumfelgen. Nein, genau. Das, was, ja, es gibt halt viele Künstler, die ich extremst feiere, wo ich sage, voll geil. Finde ich richtig gut. Und was ich zum Beispiel richtig Absturz finde in dieser gesamten Musikszene, sind Frauen, die sich selber als Bad Bitch betiteln. Ich hatte das Thema gerade vor ein paar Tagen und ist ja gerade auch dieser Skandal mit Dieter und Katja da in den Medien. Das ist mir vollkommen egal. Die können da ja diskutieren, worüber sie wollen. Aber Fakt ist, da sind ja viele Artists, also Mädels, die ja jetzt alle aus dem Bodengestand kommen und auf einmal Rapperinnen sind. Das sind alles so, so, und alle schlimmer als die anderen. Also eine schlimmer als die andere. Also auch qualitativ nicht gut so, ne? Eine Shirin David hat ja irgendwie so mehr oder minder so ein bisschen damit angefangen, hat ja irgendwie so ein Trend. Wobei, ich glaube, Sabrina Sedlur war die erste, kennt kaum noch einer. Die erste aus Frankfurt, die damit angefangen hat und Statements gesetzt hat, was den Artists-Deutsch-Rap-Bereich betrifft. Genau, so wie Moses Pelham, damals geisteskrank. Aber so eine Shirin David zum Beispiel, so sehr, sehr, ja, Feminismus, Feminismus. Ja, Bro, dann zieh dich doch nicht so an wie so eine Straßenschwalbe, so, weißt du? So musst du so rumlaufen, so. Und das machen die anderen Mädels ja auch alle und dann erzählen die alle was von Feminismus. Und ja, wir sind bad bitches, okay, aber du willst mir was von Feminismus erzählen? Entweder bist du so oder du bist so, weißt du? Das ist ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild. Also, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, viele nutzen auch die Chance, so diesen medialen Hype dann, ne? Und ich meine, als Frau fällst du, glaube ich, in so einer Männerdomäne-Branche, glaube ich, noch doller auf, wenn du dir dann dich ein bisschen freizügig anziehst auf einer Rap-Store, ne? Ja. Haust ein paar Disstracks raus, so, machst ein paar Leute fertig, dann geht das durch TikTok und dann hast du dein Spotify-Ding. Und dann sind wir wieder an dem Ausgangspunkt. Es geht alles nur um Geld. Ja, genau. So, weißt du? Die Leidenschaft der Musik ist ja gar nicht mehr so krass gegeben, wie das die Leute Geld verdienen. So, und ich meine, das soll ja jeder machen, hat ja jeder so seine eigenen Ambitionen. Am Ende landen die sowieso alle auf Ohne gefällt. Schick mal ein paar Fußbilder. Ja, ich habe, witzigerweise, ich habe mal so drei Steps gehabt, die ich gesagt habe, die ich machen möchte, was musikalische Sachen betrifft. Das eine Ding war so, ich möchte meinen eigenen Song im Auto hören. Okay, bam, habe ich gemacht, viele von meinen Songs. Das nächste Ding war, ich möchte gerne meinen Song im Radio hören. Klappt nicht. Bremen Next weigert sich, nach wie vor. Front Easter. Und das dritte war so... Also Bayern 3. Ja, ja, Bayern 3. Die supporten dann. Ich werde es versuchen. Das ist kein Thema. Genau, SWR 3, genau richtig. Oder hier, 1 Live Stauschau. Und das ist Ares. Ja, das ist Ares. Und das dritte war so, ich wollte mein Gesicht immer mal... In Berlin am Kudamm gibt es diese riesige LED-Tapel, kennst du sie? Wo ja immer auf Level dann die Sachen drauf sind. Ich will da auch einmal drauf sein. Ich will einmal auf Level sein. Das war so ein Wunsch von mir. Und ich habe mir dann gedacht, okay, warte mal kurz. Wenn das alles nur mit Geld zu regeln ist. Ich spare jetzt einfach. Und erreiche Medizin und dann hast du alles geschafft. Ich kaufe mir den Scheiß einfach selber. Ich buche diese Tafel einfach. Für den Tag. Oder für die Stunde. Vollkommen egal. Ich mache das einfach grafisch. Lasse ich das zusammenbauen, dass es so aussieht, als wenn es auf Level wäre. Bremen Next, ihr könnt mich mal. Genau, so richtig. Schicke meine Songs an Bremen Next. Antworten nicht back. Genau, und setze mich da selber auf die Tafel. In Bremen gab es auch mal am, ich glaube B75 ist das, so eine riesen Tafel. Die ist gigantisch groß. Und dann habe ich da angefragt, was kostet das? So aus Spaß einfach. Und was kostet das? Ja, Digga, 20.000. Und für wie lange dann? Für einen Monat. Ja, Digga. 20.000, nur von einer Seite. Ich hätte noch beide Seiten gebraucht. Das ist ja Jahresleasing-S-Klasse. Ich will ja lieber S-Klassen fahren. Ja, richtig so. Macht mehr Sinn. Nein. Also ich meine, viele lachen darüber und sagen, was hat denn der für Ambitionen und für Ideen. Das hat auch nichts mit Selbstverliebtheit zu tun. Das sind einfach so Spinnereien, die ich in meinem Kopf habe. Ja, aber ist doch voll gut, Visionen zu haben und Träume haben, wo man irgendwie drauf hinarbeitet. Und wenn Radio halt nicht klappt, machst du halt, überspringst es, dann nimmst du halt nur die Werbefläche in Berlin. Ein Bekannter von mir hat das mal gemacht am Stern in Bremen. Der hat einfach, und das verstehe ich bis heute nicht, was das sollte, der hat einen relativ guten Körper. Der ist relativ gut gebaut. Nicht so kuschelig wie ich so. Also wirklich durchtrainierter Typ gewesen so. Oder ist es halt immer noch. Und dann hat der am Stern einfach, da gibt es so eine Reklametafel und da war der einfach oben ohne drauf. Und einfach nur sein Instagram-Name. Dave Gaines. Und ich dachte so, aber was ist die Message dahinter? Voll auch generieren. Hat das geklappt? Ja, ich glaube schon so. Also ich glaube, der hat 124.000 Abonnenten so. Ich glaube, hat schon geklappt und der ist ja auch sportlich sehr, sehr aktiv. Aber ich fand das sehr witzig, weil ich mir gedacht habe, hey, jeder würde jetzt denken, okay, da ist keine Message dahinter. Fuck off, mach einfach. So, der präsentiert sich einfach selber so, weißt du. Gibt keinen Hintergrund, das fand ich gut. Witzig. Ja, so und ich, wie gesagt, diese ganze Szene, also dieses ganze Drumherum, das ist alles, auch was die Rapper per se betrifft. Und ich habe Leute kennengelernt in dieser Szene, vor denen ich wirklich Respekt hatte. Am Anfang. Hatte. 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 Wo ich hatte. Die haben teilweise wirkliche Probleme. Die haben ernste Psychosen. Wenn du teilweise Leute triffst in diesen Kreisen und du bist in einem Restaurant in Berlin und siehst dann jemand anders da sitzen, auch aus diesen Rap-Kreisen. Bekannte Leute, wie auch immer, oder bist irgendwo keiner in einer Bar in Berlin. Und dann kommt der eine oder andere da rein. Die haben, die haben, die merken es nicht. Die merken nichts mehr. Teilweise so, jetzt nicht unbedingt Leute, die ich vielleicht alle kenne, aber so vielleicht jemanden, den wir beide vielleicht kennen und mit dem wir aber nichts zu tun haben. Den man aus Funk und Fernsehen kennt. Live und in Farbe. Und das sind Leute, vor denen ich wirklich meinen Respekt verloren habe. Wo ich mir gedacht habe, so ey, krass, was ist mit euch passiert? Ich glaube, denen ist der Hype und dieser Ruhm so zu Kopf gestiegen, dass die selber damit nicht mehr umgehen können und sich mit Drogen zupumpen müssen. Und dann denke ich mir immer so, ey, aber ihr seid doch Vorbilder. So, es gucken doch kleine Kids, gucken doch euren Stuff. Ihr müsst doch irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie ein cooles Vorbild sein den Leuten gegenüber. Das feiere ich zum Beispiel bei Bad Moms J. Finde ich sehr, sehr krass. Die steht für diese ganze LGBTQ-Bewegung. Die steht dazu. Gibt kein, oh, okay, dann kriege ich Hate, ich mache das nicht. Die steht da einfach dazu. Das steht ihren Weg. Das ist real, so weißt du. Auch allgemein finde ich, was sie so macht. Ich finde in ihrem Alter tiefsten Respekt. Geisteskrank, ich glaube, hat auch ein sehr, sehr starkes Management natürlich dahinter. Da passiert halt was. Und wenn ich mir dann andere wiederum angucke, dann denke ich mir so, ihr verdient einfach Geld. Haut die ganze Scheiße einfach auf den Kopf. Hauptsache rausgeballer. Hauptsache einfach nur Flex, Flex. Und ich weiß nicht, das hat für mich nichts mit Vorbildfunktion zu tun. Ja, glaube ich. Ja, stimmt schon. Ich meine, irgendwo hast du tatsächlich dann ja Vorbildfunktion. Ich meine, wie viele Leute gucken dann auf dich? Und konsumieren deine Musik und hören dich, gucken dich auf Instagram an und wenn du dann, ja, stimmt schon. Ich glaube, vielen ist es aber gar nicht bewusst. Ich meine, du schlitterst da irgendwie so rein, wenn es so passiert mit diesem viralen Hype. Das ist tatsächlich nicht mein Handy. Ist es deins? Nein, das ist nicht meins. Meins liegt neben mir und ist auf stumm. Und du hast gesagt, wenn ich hier ein Handy klinge, dann gibst du mir ein Steak aus. Jetzt bin ich gespannt, von wem das Handy ist. Also ich feier das. Oh, Steak. Medium Wear. Medium Wear. So Bohnen und... Ah, das ist iPad. iPad, my iPad. Ist das dein iPad? Nee, nee. Drück mal bitte oben rechts nicht drangehen. Einfach wegdrücken. Aber du weißt ganz genau, wo man draufdrücken muss. Das ist dein iPad, oder? Nee, nee. Das ist nicht mein iPad, aber wir lüften das Geheimnis danach. Okay, wild. Das gibt Steak. Geil. Freue ich mich drauf. Da habe ich extra eingeladen. Das muss ja auch noch was Steak essen gehen. Ich sehe auch sehr verhungert aus, muss man sagen. Nee, sehr geil. Mega cool. Hast du noch ein paar Themen, oder hast du noch ein generelles Thema? Ich meine, gut, deinen Plan hast du mitgeteilt. Dein Album wird kommen dieses Jahr. Ja. Genau. Ich habe ja... Wirst du Videos auch dazu irgendwie drummen? YouTube-technisch? Wenn ihr Zeit dafür habt, um die zu machen, auf jeden Fall. Tamino? Also, wenn du mit einer DJI umgehen kannst, dann bin ich dabei. Also, ich habe witzigerweise den Videografen, den ich hatte, ich habe ja so eine FPV-Drohne, so eine DJI gekauft damals. Wir hatten null Flugstunden. Wir haben nichts damit benutzt. Und ich habe mir so ganz kranke Videos angeguckt im Internet, so Tutorials. Und dachte so, boah, du kannst ja richtig geilen Shit damit machen. So Kappi hat heftige Videos, wie du die Hauswand hochfliegst und Loopingst und alles möglich. Und ich habe gesagt, boah, das will ich auch haben. Genau diesen Stuff will ich. Und dann habe ich diese Drohne gekauft und mein Videograf hat sich damit leider nicht wirklich auseinandergesetzt, weil die Zeit dann auch fehlte. Und dann ist er nach München zurückgegangen. Dann habe ich mir irgendwann eine DJI Mini geholt, so eine 2. Und dachte so, okay, kriegst du selber hin. Also, ich bin auch ein Top-Pilot, muss man sagen. Erste Flugstunde gleich gegen den Baum geschossen und kaputt. Rüdiger, nicht so tief. Genau, richtig. Komplett hinüber. Nein, aber ja, Videos sind für einige Tracks geplant. Also habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, also nicht für jeden, aber so für die einen oder anderen, wo ich sage, da könnte ich mir das vorstellen. Das kann man inhaltlich sehr, sehr gut wiedergeben. Ja, ansonsten was muss man noch machen. Ich bin gerade dabei, Cover zu erstellen für die einzelnen Tracks. Normal macht man ja immer so einen Faden. Jeder Song auf einem Album hat das gleiche Cover. Das werde ich nicht machen. Ich werde mir da was Besonderes überlegen, was es ein bisschen abändert. Und ich werde halt dieses Jahr noch einmal ein bisschen ins Marketing investieren. Also ich habe gesagt, okay, man kann nicht erwarten, wenn ich jetzt nicht mehr mache als sonst, dass es dann klappt. Das heißt, ich möchte dieses Jahr marketingtechnisch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Das müssen wir uns dann auch nochmal unterhalten. Auch TikTok und so werde ich vielleicht, um einfach nochmal zu sagen, okay, ich habe dann zumindest tausend Prozent gegeben. Ich habe es versucht, dass es funktioniert. Wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, würde ich sagen, okay, gut, fuck off, scheiß drauf. Ich werde jetzt einfach Manager. So, mach das die nächsten vier, fünf Jahre. Bin ich Musikmanager? Nein, werde ich nicht. Ja, das ist, glaube ich, so musikalisch das, was dieses Jahr ansteht. Und wie gesagt, die Jungs in Frankfurt auf jeden Fall supporten. Die sind immer gut zu mir gewesen. Ich denke, ich bin auch immer gut zu denen und die haben auch mehr verdient. Ja, das ist, glaube ich, musikalisch mein Ding dieses Jahr. Sehr cool. Ja. Dann drücken wir die Daumen und ordentlich supporten, ne? Ja. Wir sind gespannt. Also, das, was ich gehört habe, was du mir geschickt hast, hat mir persönlich super gut gefallen. Ich bin gespannt auf den Rest. Es ist, glaube ich, super unterschiedlich, glaube ich, was da kommt. Deswegen ist es, glaube ich, auch so besonders. Das Album soll, den Namen kann ich ja verraten, deswegen, wo du es gerade sagst, das Album wird Hybrid heißen. Okay, ja, geiler Name. Weil ich mir selber gedacht habe, du hast verschiedene Stile auf einem Album gemischt. Ich habe teilweise sehr, sehr deep, ruhige Sachen. Ich habe so ein bisschen dieses, bam, 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 auf die Fresse. So, und, ja, ich denke, das ist, glaube ich, ich glaube, da kann sich dann jeder mit so ein bisschen identifizieren. Also, wenn es 25 Prozent sind, dann reicht das. Das ist gut. Sehr geil. Dann freuen wir uns aufs Album. Und vielen Dank erstmal nochmal hier für deine kleine Lieferung. Kein Ding für den King. Kein Ding für den King, ja, genau. Ja, sehr cool. Vielen Dank für Teil 2. Danke, gerne. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich habe mal so einen kleinen Einblick bekommen. Also, denkt dran, ich glaube, das Resümee, was ich hier rausziehe, nicht alles, was ihr da seht, ist immer real, ist mehr Schein als sein. Deswegen guckt auch mal hinter die Fassaden. Und lasst euch nicht beirren, von irgendwelchen Produzenten erzählen, dass das gut ist. Ganz, ganz wichtig. Immer mehrere Meinungen einholen. Würde ich immer machen. Also, als Newcomer, wenn ich jetzt heute nochmal, ich glaube, das ist mein abschließender Satz, wenn ich jetzt heute nochmal anfangen würde, würde ich mir von mehreren Leuten die Meinungen einholen und nicht schämen, sich zu fragen. Also, einfach mal selber jemanden hingehen und sagen, ey Mensch, einfach anschreiben und sagen, ey, du machst Musik, du machst ein bisschen länger, kannst du mir ein paar Tipps geben. Bevor man gleich zu dem Erstbesten hinrennt und dem irgendwie, ich sag jetzt mal, nur eine fiktive Zahl, 1500 Euro pro Track in den Rachen schiebt und sagt, das ist jetzt gut. So, ja, lieber wirklich sagen, alles klar, ich hole mir mehrere Meinungen ein und gehe vielleicht auch mal woanders hin. Und nicht unbedingt immer jedem Rapper alles glauben, was er erzählt da draußen. Das ist eine fiktive Welt. Fiktive Welt und damit wenden wir den Podcast. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. Auf das Steak freue ich mich, Alter.